Polen hat sehr gute Spieler, beispielsweise Robert Lewandowski. Aber wir müssen uns auf das gesamte Team und nicht auf einzelne Spieler konzentrieren. Denn jeder Spieler kann in so einer Partie den Unterschied machen. Die polnischen Verteidiger haben bereits ihre Stärke unter Beweis gestellt. Sie spielen gut, kassieren kaum Tore und beweisen damit, dass sie eine sehr gute Verteidigung haben. Wir müssen einfach die wenigen Lücken finden, sie aus dem Konzept bringen und Tore erzielen. Sie müssen auch unsere Stärke in der Offensive spüren. Die Stimmung ist fantastisch. Alle Spieler und auch das gesamte Team sind guter Dinge. Wir sind sehr motiviert. Und der Sieg im Achtelfinale war sehr wichtig für uns. Nun können wir weiter in unserem Traum festhalten und stark bleiben. Unsere Ambitionen werden immer größer. Und ich glaube, dass wir im Moment mit unserer Leistung sehr zufrieden sind. Wir können das Finale erreichen. Raphael ist ein toller Spieler. Von daher habe ich mich nicht gewundert, dass er nun von einem großen europäischen Verein verpflichtet wurde. Ich freue mich sehr für ihn. Ich hoffe, er behält seine Qualitäten und wird weiter so gut spielen wie hier bei diesem Turnier. Ich kann ihm und seinem neuen Verein nur das Beste wünschen.